Der Urlaub naht, die Auswahl ist riesig. Um böse Überraschungen zu vermeiden, greift heute jeder versierte Internetnutzer auf Bewertungsportale zurück. Nicht nur, wenn es um den Urlaub geht. Es ist hilfreich zu wissen, was andere über ein Produkt denken. Mindestens genauso hilfreich ist es für ein Unternehmen zu wissen, was andere über einen denken. Obwohl es immer entscheidender ist, herauszufinden, was im Internet über das eigene Unternehmen geschrieben steht, stellen wir leider doch fest, dass die meisten Chefs und Mitarbeiter sich darauf verlassen, gelegentlich das eigene Unternehmen zu googeln. Diesen Unternehmen möchten wir gerne mit dem EchoBot ein Tool an die Hand geben, mit dem Sie schnell und unkompliziert herausfinden können, was wo über Sie geschrieben wird und ohne lange Umwege darauf reagieren können. Und so sieht EchoBot aus. Wer einen Account hat, kann nach dem eigenen Unternehmen suchen und sieht dann, wie oft es zum Beispiel die letzten Tage im Internet aufgetaucht ist. Die Übersicht ist dabei an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Dubletten werden automatisch erkannt. Außerdem wird angezeigt, wie viele Nutzer durch die jeweiligen Nennungen erreicht wurden. Wer die Ergebnisse dem Chef vorlegen muss, kann sie ganz einfach in ein PDF-Dokument übertragen und ganz klassisch ausdrucken. EchoBot verarbeitet heute schon mehr als 100.000 Nachrichten am Tag aus über 10.000 deutschen Online-Medien. Und wir sind überzeugt davon, dass der Einsatz von EchoBot nicht nur für die PR-Abteilung im Unternehmen von Vorteil ist, Auch ein Vertriebler kann sich mit aktuellen Kundeninformationen deutlich besser aufs Verkaufsgespräch vorbereiten. Ein anderes Beispiel sind Projektmanager, die aktuelles Kundenfeedback über den EchoBot finden können, zum Beispiel auch aus Social Networks, um direkt darauf zu reagieren. Erst im Frühjahr 2011 wurde EchoBot gegründet. Heute hat die Firma sieben Mitarbeiter. Und schon jetzt vertrauen viele Kunden auf die Lösungen der Internetspürnasen. Doch ich habe siebenСТ段,順zig bei der Schule, aber die Alexa zu unterstützen, das wurde auch die Suche. Ich habe das Studium-Dokuss churchbot nun zu sehen.